Strukturen, Regeln und Werteorientierungen bestimmen die Arbeitswelt. Manches kann für Auszubildende, die aus einem anderen Kulturkreis stammen, völlig fremd sein, weil das Bildungs- und Ausbildungssystem in ihrer Heimat anders funktioniert. Da ist es ratsam, in der Anfangsphase mit der deutschen Arbeitswelt und den Betriebsstrukturen vertraut zu machen. Man kommt in eine ganz andere Welt, wenn man als Azubi in einen Unternehmer oder in einen Betrieb eine Ausbildung anfängt. Die deutsche Arbeitswelt ist sehr, sehr stark industrialisiert. Das heißt, es gibt bestimmte Arbeitsbereiche, die es zum Beispiel in Syrien als solche nicht gibt. Es gibt zum Beispiel auch, wenn wir das Beispiel Automechaniker nehmen würden, das gibt es zum Beispiel in vielen Ländern als Ausbildung als solche gar nicht, sondern das wird man aus der praktischen Welt lernen. Das heißt, man gibt das Kind zum Beispiel in der Türkei als Beispiel in der Firma ab und dann sagt man, mache mal einen Automechaniker zum Beispiel. Das ist so die Arbeitsweise, die man kennt. Man lernt direkt beim Meister und dann ist die Sache erledigt. Und das ist natürlich ein bisschen in Deutschland ganz anders. Da gibt es bestimmte Abläufe, es gibt Theorie-Praxistransfer und darauf muss man achten, dass es bestimmte Berufe als solche zum Beispiel in den Herkunftsländern nicht gibt. Und deshalb irritiert das manche in Deutschland, dass so etwas überhaupt geht. Und vor allem diese Betriebe als solche und was da für Techniken angewendet werden, ist erst recht nicht bekannt. Das duale Ausbildungssystem in Deutschland ist einzigartig. Jeder, der hierhin geflüchtet ist, weiß zumal erst mal gar nicht, was heißt das überhaupt, was kommt da auf mich zu. Jedoch habe ich festgestellt, dass gerade Geflüchtete enorm motiviert sind und da eigentlich eher weniger Probleme mit haben, sondern sie fügen sich dem System. Man muss es ihnen nur am Anfang einmal erläutern. Sobald das einmal klar ist, ist das auch in Ordnung. Dazu gehören leider auch Regeln, die man jeden Auszubildenden stellen sollte, nicht nur den Geflüchteten, sondern allen. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass ich mich abmelden muss, wenn ich krank bin. Junge Menschen, die geflüchtet sind und in einem deutschen Betrieb arbeiten, stehen unter enormem Druck, weil sie einerseits diese Stelle schaffen müssen, weil sie auch wollen. Unter Umständen stehen sie auch deshalb unter Druck, weil sie von ihrer Familie zum Beispiel nach Deutschland gesandt wurden. Vielleicht hat die Familie auch Schulden gemacht. Deshalb stehen sie unter diesem Druck, diese Ausbildungsstelle abzuschließen. Später vielleicht auch Geld zu verdienen, die eigene Familie vielleicht auch dann zu ernähren. Deshalb stehen sie unter enormem Druck. Das heißt, wenn bestimmte Konflikte dadurch entstehen, kann es auch dann diese Gründe haben. Deshalb muss man auch ein bisschen darauf schauen, auf das Verborgene schauen und nicht nur auf das Sichtbare. Das ist wichtig, weil diese Jugendlichen auch diesen Druck ja tagtäglich spüren. Auch für Auszubildende mit Fluchterfahrung gelten die ganz normalen Arbeitsregeln. Da braucht man gar keine neuen erfinden. Da ist es aber so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass gerade die Geflüchteten eher gefordert werden wollen und diese auch recht schnell annehmen, diese Arbeitsregeln. Jeder Auszubildende bekommt zu Beginn seinen Ausbildungsvertrag. In diesem sind alle Rechte und Pflichten festgehalten. Beide Seiten haben einen Vertrag unterschrieben und die soll auch eingehalten werden. Die muss man aber erstmal verstehen. Genau da habe ich die Möglichkeit als Ausbilderin genau diesen zu erklären und vielleicht auch mal irgendwelche fachlichen und sprachlichen Defizite wieder aufzuholen. Deutsche Produkte sind ja weltbekannt, dass sie vor allem sehr gut sind, und um diese Produkte auch weiterhin so zu entwickeln, achten auch die deutschen Firmen auf bestimmte Dinge. Das ist zum Beispiel pünktliches Liefern, dass man auch auf die Zeitschienen schaut, dass ja auch dann die Schritte dementsprechend auch eingehalten werden. Und dazu gehört auch zum Beispiel, dass bestimmte Umweltschutzvorgaben beachtet werden müssen und da müssen sich auch die Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, genau auf diese Sachen achten. Wenn man nicht darauf achtet, dann wird man auch den Betrieb aufhalten und dadurch auch leidet auch die Qualität. Wer wo arbeitet und vor allem in welcher Position jemand arbeitet, lässt sich ganz einfach in einem Organigramm darstellen. Je nach Größe des Betriebs kann es verwirrt sein. Als Azubi hat man keinen klarer Oberblick. Gerade da können aber Auszubildende schauen, wer die Ansprechpartner sind für die einzelnen Belange. In jedem Betrieb gibt es eine Reihe von Geflogenheiten, die sich im Laufe der Zeit eingeschlichen haben. Zum Beispiel, als ich erstmal in meinen Betrieb kam, wusste ich gar nicht, ob ich meinen Chef duzen soll oder siezen. Aber im Nachhinein hat sie mir erklärt, dass ich sie duzen kann. Oder auch das Beispiel die Mittagspause. Verbringt man die zusammen im Betrieb oder jeder für sich? Wenn man in einem neuen Betrieb ist, würde ich immer empfehlen, den Menschen immer Sachen Schritt für Schritt beizubringen. Wenn man in einer neuen Abteilung ist, sollte man zum Beispiel auch nur den Namen der Anwesenden erwähnen. Es macht keinen Sinn, jemanden zu erwähnen, der nicht da ist. Das vergisst man ganz schnell. Und das Ganze wird verstärkt, wenn man natürlich in einem neuen Land ist und eine neue Sprache hat, dann wird das Ganze nochmal erschwert, aufgrund der Sprach- und Kulturbarrieren vielleicht. Deshalb empfehle ich immer Schritt für Schritt.